Das sind die Schüler des Seminars Autonomics. Und das sind die Schüler des Seminars Wissenschaftsmesse Energie und Umwelt. Und das sind die Lehrkräfte des Johann Michael Fischer Gymnasiums in Burg Lengenfeld. Zusammen bilden sie die Arbeitsgruppe Energie und Umwelt und arbeiten themenübergreifend an umsetzbaren Lösungen für mehr Nachhaltigkeit und ein umweltfreundliches Leben. Unser Ziel war es, möglichst viele Schüler zu motivieren, sich mit den Themen Energie und Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Und dazu haben wir die älteren Schüler angeleitet, sich den jüngeren anzunehmen. Wir waren im P-Seminar von 14 Schülern aus der 11. Klasse. Wir haben uns mit den Gruppen befasst, beziehungsweise haben wir uns Gruppen ausgesucht und ihnen dann bei ihrem Projekt geholfen, unterstützt und einfach geschaut, dass es ein gutes Projekt wird. Viele dieser Projekte wurden bereits in die Tat umgesetzt und bei der alljährlich stattfindenden Wissenschaftsmesse einem breiten Publikum vorgestellt. Die zwei Projekte, die haben sich eigentlich ganz gut ergänzt. Es war unsere Aufgabe, die Energiebereitstellung, das Sparen und das Speichern von Energien an der Größe eines Schulhauses zum Beispiel zu demonstrieren. Und das deckt sich ja ganz gut mit dem Gesamtprojekt der Ausstellung, wo das in den Kleinständen wiedergegeben wird. Und im Endeffekt geht es ja darum, dass wir die neue Generation sensibel machen fürs Energiesparen und wie man die ganzen Sachen umsetzen kann, dass die Leute das in die Hand nehmen können. Schul- und öffentliche Gebäude autark zu machen, darauf hat sich das Team Autonomics konzentriert und hat die Entwicklungen beim Wettbewerb Jugend forscht eingereicht. Die Umsetzung vieler weiterer Maßnahmen ist bereits geplant und soll auch im nächsten Jahr von einem neu gegründeten P-Seminar weiter verfolgt werden.